Willkommen zurück zu diesem wunderschönen, stream wollte ich sagen, zu dem wunderschönen Kanal, und zwar meinen Kanal mit Hogwarts Legacy, der Schule, wo jeder hin möchte. Äh, äh, wie, ich kann hier nicht langen. Reveglio, wie ich das vermisse. Reveglio, Reveglio, Reveglio. Ich guck mal, da ist noch was. Reveglio. Ja, das versteh ich nicht. Warum ist da eine Kiste? Ist da oben? Oh, da oben ist was. Warte mal. Aargh, ich bin... Oh Gott, oh Gott. Okay, ich wette damit auch nicht so drüben. hoch da mag ich heute ne Handschuhe der unten ist noch mag Let me do the things I want to do Was andere jetzt hier drunter? Wann ist das auch neu? Wann ist das auch neu? Das war gar nicht schwer Ich überlege am... Hab ich hier alles? Ja, da ist ein Schatzhörner Oh mein Gott, ey, nee Ich hab's gefunden Oh Gott Das Fliegen, diese Flagen vor allen Dingen Das Fliegen ist mir noch kaputt So Lass mich doch hier drüben Ok, jetzt ist es nicht Oh Oh Gott What is what it is? Oh Protego Incendio Reveglio Und ich finde für die, für die, äh Hier für diese Höhen hätten sie sich auch was besseres auslenken können Meiner Meinung nach Also ich finde auch, Quads Legacy ist schnell langweilig Wisst du, wie ich das meine? Ich meine, ich habe noch jede Menge zu tun So, hier unten und so Aber irgendwie Sprich mit den Händlern Können wir das noch machen, Chat? Ach komm, scheiß Die Wand an Das ist ja noch ein Katzenschwurm Das ist ja noch ein Katzenschwurm Da, 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 da Taaa, da, 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 da Ah, ein bisschen außen rumfliegen. Was war das jetzt, was war das, was war das, was war das, was war das denn jetzt, okay ich muss die ich muss die musik lauter machen für die musik ist das schön so im ganzen Leben. Reveglio. war ich hier noch nicht drinnen ich war hier nicht drinnen weiß der keiner warum ist an der wöle irgendwo unter mir wo ist denn hier drunter mir der wöle und da oben ist das oben drinnen ne oh wie traurig die musik ist ich überlege dass du hier am anfang gar nicht reinkamst das hätte aber jetzt später habe ich sonst nichts mehr oder sie hat sich wohl reingestechen als ich schläft ein bisschen vor wo ich bin ich ersetzt er hat gesagt ich muss sie im schlaf her stechen wird es jetzt richtig gehört oder was ich mal machen wollte ich weiß ich will jetzt in meine einstellung rum noch wie das ist ja hier 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 ja das ist doch viel besser hier das ist doch viel viel besser hier ist eine kiste da unten ist die kiste ich bin ich verstehe nicht hat die hälfte des spiels meine sachen nicht übernommen oder wie sehe ich das hier hier verzeihung sir sie wollen den narren sehen was das ist paul ric haagaty beraubt von der eigenen schwester sie hat fast jeden ausgeraubt also wer ist denn da ich ich bin nicht sicher wovon sie sprechen Dann wissen Sie wohl als Einzige nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht? Bisschen hart, oder? Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggertie-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpenden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hat es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut. Hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie aushauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Oh, ich hab kein Geld. Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Können wir mal irgendwann mal warten? Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Irgendwann ist es. Oh, was soll das sein? Hä? Das ist das zweite Ding auch. Oh, hier ist eine Dämmelgeist-Statue. Hier sind noch Ballons, die ich kaputt machen kann. Mach ich mal eben die Ballons, die ist hier kaputt. Reveilio. Da hinten ist die Dämmelgeist-Statue. Ja, jetzt kann ich den Dämmel. Doch, da ist die Dämmelgeist-Statue. Boah, das ist ein Krampf, die zusammen. Äh, da. Da unten, Octor. Hallo, Dämmelgeist. Da unten soll das sein? Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Okay, da fliege ich lieber mit dem Besen. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ohne Scheiß entgelegen bin ich nicht gut. Okay, ich mach die Musik mal 10% leiser. Äh. Was ist denn hier für ein Tier? Javaknoll. Javaknoll? Das ist ein Javaknoll. Achso, das sind die Hürgel. Ja gut, davon habe ich welche. Die Welt der Zaubererei wird sich uns endlich ergeben. Gracias. Ich werde nicht rum. Du bist besser. Die Soundeffekte sind immer noch zu laut. Immer noch Prüfungsmaier links. Eine Prüfung Merlins. Wenn die schon direkt da ist, können wir die auch direkt machen. Nehmen wir mal noch eine. Da hinten war noch einer. Okay. Okay. Äh. Lololololo. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist hier schon direkt eine Höhle drin. Das sieht interessant aus. Ich wollte gerade sagen, kann ich auch mal eben gucken gehen. Was ist ein Pick? Okay, es ist wirklich laut. Fuck it. Ich hab wirklich laut Lautstack schon leiser gemacht. Oh Gott. Also noch weiter, da kann ich es nicht machen. Chat und liebe Leinchen. Vielleicht ist es auch gar nicht so laut und nicht spielen wir wieder was zusammen. Äh. Wo war das Gold? Junge, wie weit sind die weggerannt? Und klar, wenn ich was stehe, da renne ich auch erstmal 50 Kilometer weg. Und natürlich auch über Stock und Stein und Berge und keine Ahnung was. Da haben wir jetzt noch mehr Dings. War ich hier schon drin, ne? Verschwinden die nicht, wenn ich hier schon drin war? Oh, das ist das. Hä? Nebioso Contringo Accio Wingardium Leviosa Okay Das Spiel macht echt Spaß zu spielen, muss ich ja zugeben. Aber es ist so langwierig. Ja, ich muss sie nicht umwürdig. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch die Prüfung mehrgends echt machen, andererseits. Davon ist das erste. Hallo? Schwederingen! Oder Motten, was auch immer. Voll gemütlich. Ja. Nummer eins. Weil noch. Und auch noch eine Erschwinderin. Versuche es mir nicht allzu einfach zu machen. Ein noch. Wie? Wir haben bald alle. Hahaha. Was schön. Reveglio. Schön. Ein Gegner noch. Dann haben wir alle. Bin ich glücklich. Ach, da oben ist das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? was ich ein bisschen hasse ist dass du mit dem wesen nicht nach unten gucken kannst das geht mir ein bisschen das geht mir ein bisschen auf den sack dass du so so dass sie mit dem wesen mal nach vorne geht oder so da sind welche ich habe immer was übersehen ja da hinten Kann man das überspringen? Nein, nein, nein. Kann man nicht. Ähm. Na gut dann. Ne. Das ist eine Kiste. Hä? Ah, das ist bestimmt da hinten. Da vorne. Magst du Schmerzen? Ach. 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 Achio! Das ist aber nicht. Das war erbärmlich. Das ist Traum. Klingel. Achio. Sendio. Damit kommst du nicht davon. Expelliamos. Klingel. Klingel. Gepulso. Klingel. Mehr hast du nicht. Ich halte nicht. Klingel. 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 Das ist fein, was? Ich habe eine bedauerliche Entschuldigung. Gracias. Incendio. War es das alles? Da ist eine Küsse. Ich mache erst das mit den Schmetterlingen folgen. Oh, Schmetterlinge. Halt, stopp. Ah, guck mal. Da sind Ballonsfahrer. Nee, da mache ich die Ballonsfahrer immer erst. Juuu. Juuu. Knapp, da nehmen wir auch vorbei. Da auch. Warte mal, fliegen wir von der anderen Seite dahin. Juuu. Savage Dado. Juuu. 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 Okay, hier ist noch einer... Reveglio. Was ist hier unten? Da vorne geht es weiter. Oh. Nee, halt, stopp. Wenn wir schon hier unten sind, dann machen wir die Scheiße auch hier unten. Das ist zu. Bist du auch noch einen Stadler? Oder ist die Scheiße ein Urlaub? Ja. Ich bin da da. Das ist der Typ. Und ich bin der Typ. Und ich bin mir zu. Ich bin dort oben. Ja. Ja! Auf geht's. Auf geht's. Oh, nein. Du weißt ja nicht, wenn du dich anlegst. Du mich hier so. Ich hab noch mal's gesehen. Ich werde dich erwerben. Ja, es ist zwischendurch wirklich laut, aber ich weiß nicht, wie ich es leider stellen soll. Oh, das ist die Musik. Das kann natürlich auch sein. Äh, okay, wo ist hier das komische Pergament? Hey Dutch! Hä? Oh! Ja! Zimtrennt! Okay, hab ich. Äh, ist das sonst was? Dutch, wie geht's dir? Ich hoffe dir geht's gut. Machen wir erstmal die Schmetterling-Point? Ne, erstmal mach ich, glaub ich, die da unten. Was? Was? Was geht gut? Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Hast du dir, äh, hast du schon die neuen Emotes gesehen, Dutch? Ja. Reveilion. Ach, Lost. Wie komm ich denn auf Frau Frost, Alter? Wie komm ich denn auf Frau Frost? Wahrscheinlich, wenn mir jemand mehr kalt ist. Und dann. Hey, Frau Frost. Wie komm ich auf Frau Frost? Ist die Frage. Kann ich hier fliegen? Ich darf hier nicht fliegen. Wie komm ich denn dann da hoch? Bist du? Oh! Äh! 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 Ja, kann ich nicht fest machen, ich habe auf den Arsch. Äh! 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 Hyääh! Hilfe, wir kommen ja hier hoch. Hä? Wird ja hier aber nicht die Bildung sein, oder? Nein. Und bin die vielleicht in die falsche Richtung gelaufen? Hä? Wo soll ich denn lang? Ich würde gerne rauszoomen, aber das funktioniert nicht. Hä? Oh, ich bin... Ja, ja, danke. Ja, bestell! Ja, 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 ich hab's gesehen. So. Ich brauch halt nur zwei, drei Minuten. Minütchen. Aber hier, äh... Dutch. Für dich mal... zum Gucken, die neuen Emotes. Ich hab ihn ja ein komischer Schal. Ich hab so die Vermutung, dass Hogwarts-Schüler gerne Charles tragen. Das ist aber auch nur so eine Vermutung. Ich mag Anime-Like-Emotes mehr. Ja, die kommen ja auch noch mit rein. Kommen ja noch Anja-Emotes, kommen ja noch Bei- und Kakashi-Emotes. Also kommt so ein Mix zwischen Harry Potter und, äh, Anime. Aber dafür fehlen mir halt die Slots. Du kannst alle... Ich weiß nicht... Also ich brauch jetzt 15... Jeder Sub gibt quasi einen Punkt. So, und... Bei 15 Punkten hab ich ein... Ein Emotes-Slot mehr. So. Und ich muss ja erst die... Die Emotes-Slots erreichen, damit ich ja mehr... Mehr Emotes benutzen kann. So, und wir sehen uns in der nächsten Mal. Tschau!